Lieselotte Pulver war DER weibliche Filmstar des deutschen Nachkriegskinos. Heute wird die berühmte Schauspielerin 95 Jahre alt. Mit ihrem ansteckenden Lachen und ihren Erfolgen in Filmen wie Ich denke oft an Piroschka oder die Zürcher Verlobung eroberte sie die Herzen der ZuschauerInnen. Pulver erlebte nicht nur große Erfolge, sondern auch schwere Schicksalsschläge. 1989 verlor sie ihre Tochter, drei Jahre später starb ihr Ehemann Helmut Schmidt. Heute lebt sie in einer Seniorenresidenz in Bern. In einem Interview verriet sie, dass sie ihren Geburtstag im Kleinkreis feiern möchte. Gesundheit sei ihr größter Wunsch und fügt ihn auch scherzhaft und eine Million hinzu. Wir wünschen der wunderbaren Lilo Pulver, dass sie auch heute an ihrem 95. Geburtstag ihr charmantes Lächeln auf den Lippen zeigt. Es hat sie immerhin zu dem gemacht, was sie bis heute ist – eine der ganz großen deutschen Schauspielerinnen.